Also, die Straßen von Berlin, ja, Leute sagen, äh, Kreuzberg, da ist voll gefährlich. Eigentlich ist es Quatsch, eigentlich ist jede Straße gefährlich, wisst ihr schon mal, ne? Weil, ich meine, es gibt ja ein paar Leute, die sagen, äh, die Straße, die Straße, damit machen sie, ich meine, ihr eigenes Grab mal, was ich meine. Jede Straße von Berlin ist gefährlich, aber, was ihr wissen müsst, auf jeden Fall, ich bin so ein Mensch, wenn ich jetzt jede Straße besuche, ich besuche jede Straße mit Respekt, wisst ihr, was ich meine? Dann gehe ich auch, dann erwarte ich auch, dass ich mit Respekt wieder gehe, wie ich meine, und, äh, bis jetzt bin ich so gut durch die Runden gekommen, weißt du, und das muss weiter so gehen.